Und der Gerichtsvollzieher. Aber keine Sorge, der Preis ist heiß, geht nicht pleite. Unsere charmante Gerichtsvollzieherin beschlagnahmt alle Wertgegenstände ausschließlich für unsere Kandidaten. Kuckuck Nummer 1 kommt auf den wertvollen Schmuck. Das Medaillon mit Kette ist aus 14-karätigem Gold. Im klassisch verzierten Anhänger kann man eine persönliche Erinnerung oder ein kleines Foto des Liebsten aufbewahren. Tja, da hilft kein Bitten und kein Flehen. Auch der wird beschlagnahmt. Der neue Computer im modernen Büro. Diesen wandelbaren Drehtisch können Sie wahlweise als Ess-, Schreib- oder Konferenztisch umfunktionieren. Seine Platte ist aus schwarzem und blauem Eschenholz und im Sockel aus Edelstahl. Da verstecken sich zwei Schubladen. Der vernickelte Bauhaus Freischwinger macht sich auf dem Schuhrwollteppich ganz besonders gut. Computertechnik auf höchstem Niveau steckt in diesem 386er Rechner. Er ist mit einer 120 Megabyte Festplatte, einem 2 MB Arbeitsspeicher, einer Grafikkarte sowie einem wie dem Programm MS-DOS und Windows ausgestattet und dank Farbmonitor als auch Tastatur sofort einsetzbereit. Und ab sofort wird hier auch nicht mehr gemütlich RTL geguckt. Denn schließlich wollen unsere Kandidaten in Zukunft nicht in die Röhre schauen. Deshalb kommt Kuckuck Nummer 3 auf den neuen Fernseher im gemütlichen Wohnzimmer. Zum Entspannen lädt dieser wunderschöne Sessel ein. Der schwarze Servierwagen steht Ihnen dabei hilfreich zur Seite und Lesestopp finden Sie im extravaganten Regal aus schwarzer Esche. Ein gelber Schuhrwollteppich und eine dekorative Vase sorgen zusätzlich für Atmosphäre. Schöne Aussichten erwarten Sie mit dieser Hightech-Kombination von Expert. Der erstklassige Farbfernseher mit Black-Matrix-Bildröhre, Sleep-Timer und Kindersicherung sowie der multifunktionelle Videorekorder sorgen für tolle Bilder. Und dazu gibt es ein unschlagbares Doppelt, nämlich Kendo-Dreiwegeboxen für den satten Sound. Unsere Gerichtsvollzieherin kennt keine Gnade. Auch der vierte Kuckuck wird geklebt, denn darauf sind die Kandidaten ganz besonders scharf. Auch das niegelnagelneu-Auto! Die Toyota Carina Limousine 1,6 GLI vom Autohaus Arnold präsentiert sich als Multitalent. Denn er vereint sportliches Design, beste Verarbeitungsqualität, optimalen Fahrkomfort und serienmäßige Sicherheit mit Seitenaufprallschutz und vier Sensoren-ABS. Doch auch in puncto Wirtschaftlichkeit ist Toyota Carina die Toyota Carina Limousine 1,6 GLI seiner Zeit voraus. Möglich macht sein einmaliger Magamix-Motor, der trotz minimalen Verbrauchs maximale Leistung bringt. Tja, nichts ist unmöglich. Toyota! Und Sie dürfen gleich alles von unserer Gerichtsvollzieherin übernehmen, wenn der Preis stimmt. Wenn der Preis stimmt, Heike und Thomas, Sie haben all diese tolle Preise gesehen. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Preis heißt natürlich hier, Werte, Eifel. Und für alle, die zu Hause der Preise reißspielen wollen, gibt es das Spiel zur Show überall im spielbaren Fachhandel. Vielen Dank.